Porsche Keine andere Marke bringt Motorsport näher an den Menschen. Porsche ist Mythos, Passion und Erfolg. Ob Serienfahrzeug oder Rennwagen. Keine andere Automobilmarke ist erfolgreicher im Motorsport. 50 Jahre Geschichte. 28.000 Rennsiegel. Ob auf dem Nürburgring, in Le Mans oder in Daytona. Weltweit siegt Porsche immer wieder. Der Grundstein hierfür wird im Süden Deutschlands gelegt. Das Porsche Motorsportzentrum in Weissach. 200 Entwickler und Mechaniker betreuen weltweit bis zu 1.000 Rennwagen. Allein 2008 wurden hier 325 Rennfahrzeuge produziert. Auch der 911 GT3 Cup. Für ihn gelten zwei Maximen. Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Die zwei wichtigsten Zutaten, um erfolgreich zu sein im Motorsport, das ist zum einen die Schnelligkeit und zum anderen natürlich die Zuverlässigkeit. Ich muss ja ein Rennen beenden, wenn ich es anführe. In diesem Zusammenhang ist es für uns immens wichtig, dass natürlich alle Bauteile auf dem Punkt sauber konstruiert sind. Wir müssen uns dabei auch auf unsere Zulieferer verlassen. Gehen sie nur in den Bereich, eigentlich ein vermeintlich banaler Bereich, einfach eine Schraube zu sichern. Wenn wir da nicht absolut sicher sein können, dass die unter den Umgebungsbedingungen, unter den hohen Kräften, unter hohen Temperaturen immer zuverlässig hält, dann wäre das eine Katastrophe. Und da kann eben ein Fennigartikel zu einem kapitalen Motorschaden, damit zu einem Ausfall führen. Der Porsche Mobile One Super Cup, der schnellste internationale Markenpokal der Welt. Hier geht Loctite als offizieller Technologiepartner von Porsche Motorsport an den Start. Einige Beispiele verdeutlichen, wie Loctite die Zuverlässigkeit von Verbindungen an Bauteilen entscheidend verbessert. Hierzu zählen Getriebe und Motor, der Hitzeschutz am Radträger oder die Radnaben. Das 6-Gang-Getriebe mit sequentieller Klauenschaltung. Der Flansch, ein neuralgischer Punkt des Getriebes, wird mit dem Schnellreiniger Loctite 7063 sorgfältig gereinigt und mit der Flächendichtung Loctite 574 abgedichtet. Es härtet gerade auf Aluminium besonders schnell aus und sorgt damit für eine ebenso rasche wie zuverlässige Dichtwirkung. Entscheidend für den reibungslosen Ablauf in der Porsche Manufaktur. Mein Name ist Emanuel Donner und ich bin Rennmechaniker in der Getriebewerkstatt von Porsche Motorsport. Also Anforderungen an einem Getriebe ist sehr wichtig, weil das Getriebe unter Höchstbeanspruchungen im Betrieb läuft. Von daher an Schwingungen und Vibrationen ausgesetzt ist und das Loctite zum Beispiel die Flächendichtung, die ganzen Schwingungen, Vibrationen und Längenausdehnung der Temperaturen mitmachen muss. Extreme Vibrationen. Hunderte von Schaltvorgängen innerhalb von Minuten. 430 Newtonmeter pure Kraft. Die Fahrer müssen sich hundertprozentig auf die Porsche Technik verlassen können. Und sie tun es. Am Rennmotor werden spezial gehärtete Stiftschrauben befestigt. Obligatorisch die Reinigung der Schrauben. Loctite 270 hat hier eine ungemein wichtige Aufgabe. Die 100% verlässliche, hochfeste Sicherung dieser Schraubverbindung. Die vier Stiftschrauben verbinden den Motorblock und das Getriebe des Rennwagens. Zahlreiche Tests haben die Porsche Ingenieure überzeugt, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, diese hoch beanspruchte und extrem sensible Baugruppe abzusichern. Die 420 PS des Sechszylinder-Boxermotors katapultieren die nur 1130 kg leichten Rennwagen aus der Kurve. Höchstgeschwindigkeit 290 kmh. Loctite 243 ist die weltweit erfolgreichste mittelfeste Schraubensicherung und sichert hier die Befestigung eines Hitzeschutzblechs am Radträger. Dadurch werden die Sensoren der Traktionskontrolle gegen die immense Strahlungswärme der Bremsscheibe geschützt. 400 Grad Celsius sind im Renneinsatz keine Seltenheit. Die Schraubverbindungen selbst müssen immer noch Temperaturen von bis zu 150 Grad Celsius standhalten. Loctite 243 – in diesem Einsatz sozusagen Feuerwehr und Schutzpolizei in einem. Der Vollgasanteil in Rennen beträgt oft nur 15 Sekunden. Die Bremsperioden überwiegen. Da geht's heiß her und die Fahrer sind von heißen Reifen so richtig begeistert. Die Radnarbe wird bestückt mit fünf Mitnehmerbolzen. Loctite 270 ist auch hier unverzichtbarer Bestandteil der Konstruktion und wird mittels einer peristaltischen Handpumpe punktgenau aufgetragen. Diese fünf Mitnehmerbolzen in der Radnarbe übernehmen später die komplette Kraftübertragung von der Antriebswelle über das Rad auf die Straße. Ein Meisterwerk der Technik. Gesichert durch Loctite 270 – ein ganzes Rennleben lang. Im späteren Renneinsatz ermöglicht diese Radnarbe den ultraschnellen Reifenwechsel. Durch das Lösen einer einzigen zentralen Mutter. Die Mitnehmerbolzen werden ständig durch Renningenieure geprüft. Bisher gab es hier noch keine fehlerhafte Verbindung. Loctite und Porsche arbeiten daher noch stärker zusammen, um diese Zuverlässigkeit im Rennsport und später auch in der Serie ständig zu garantieren und weiterzuentwickeln. Denn bei Porsche ist der Rennsport die Seele der Serie. Porsche Motorsport und Loctite – eine Verbindung für Erfolg. Aufgabe gelöst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017